FOREVER UNGLAUBILLE STIMMUNG SENSATIONAL RESPECT RATE KRANK Jetzt wieder zurück zum Thema Wer davon noch nichts weiß FIFA EXIT TOUR Guckt in den ersten Link der Videobeschreibung Hier ist das Infovideo Aber hier nochmal ganz kurz vorweg Es geht hier Ich unterstütze mit dieser Serie meinen Freund Denys FIFA TOUR Der leider Gottes durch eine Krankheit mindestens 8 Wochen posieren muss Und ja gebt euch einfach das Infovideo Es ist gleichzeitig ein Gewinnspiel Nämlich pro TOUR ist 1€ Und da kann schon einiges rauskommen Sehr sehr wichtig ist Spammt dieses Video zu mit Hashtag EXIT Ihr müsst Abonnenten von meinem Kanal Sowie vom Kanal Denys Ist ebenfalls in der Videobeschreibung sein Nur erst dann wertet der Generator den Hashtag EXIT Und ich hoffe ihr gebt für dieses Format nochmal den Daumen hoch Danke für eure Privatnachrichten Sehr sehr geil Und ja ich möchte euch jetzt nicht lange auf die Folter spannen Ich bin mega mega gespannt wie dieses Spiel ausgehen wird Checkt auch meinen Gegner auf Instagram aus Food Dreams nennt er sich Geiler Typ Überragend Wie er mich supportet So der Isa Graza Heftiger Angriff Oh mein Gott Guck dir seine Mannschaft an Fuck Schauen wir mal sein Team Okay Suarez La Cassette Cavani Ich glaube das ist Silber Ich weiß jetzt nicht wie der RM heißt da dieser POTS im Mittelfeld Und Titi Okay Die Innenverteidigung Gut Oder generelle Verteidigung Ja werden wir sehen Ich weiß nicht wie man einwechseln kann Yo Leute Jetzt geht es in den POTS Jedes TOR ist gleich 1€ Vergiss nicht Exit in die Kommentare zu spammen Natürlich freue ich mich auch auf ein Feedback und auf ein Daumen nach oben Guck mal Let's go So Jetzt aber Komm Schön 0 zu 1 Oh mein Gott Was war das für ein Konter Was war das für ein Pass von Hazard Und was war das für ein Abschluss von Lionel Leonhard Messi Krach Einmal die Wiederholung Um Titi Hat es nicht geschafft Ähm Und dann schöner Pass Boah Ist das nicht so stahl 1€ befindet sich so eben im Topf Da kann ja einiges Einiges da rum kommen So Ich weiß nicht wie viele Folgen ich schaffen werde Natürlich Ich gebe mir Mühe So viele wie möglich schaffen zu können Oh mein Gott Oh Schön gemacht Schöne Finte Und Wow Haha Wie ihr meine Spielweise schon kennt Er läuft noch nach hinten mit der Kassette Schau das an Hahaha Du kleiner Schlawiner So Schöner Pass Oh mein Gott Schöner Pass Und hoffentlich scheiß Abschluss Wow Okay Lackers jetzt Jetzt Wow Schöner Schuss Oh mein Gott Genau dasselbe Tor Genau Nein No way Jetzt passt er auch rein Er passt doch rein oder Ich würde passen Er schießt Aber es ist leider Gottes nur 1€ Und Ändert sich das Nein Boah Schön Jetzt aber Immer noch nicht Jetzt Oh mein Gott Jetzt aber Wow 2€ 1 zu 1 Was war das jetzt für eine Spielsituation Unglaublich Der wird so heftig Jetzt Schuss Schuss Statistik Guckt das an Pingpong Oh no Oh mein Lord 2 zu 1 Oh mein Gott Was ist los heute Aber 3€ Aber 3€ Krank Ok Schön gemacht 3 zu 1 3 zu verdammt nochmal 1 4€ Leute 4 verdammte Euro Wow 3 zu 2 Ok 66 Minuten 5€ Freunde Erste Spiel macht schon 5€ Ich hoffe ihr feiert das Heftig Da kommt noch einiges drauf Leute Wow Gerne keine 6 Euro Jetzt Oh mein Gott Neee Schön 3 zu 3 Leute 6 Euro Krank Also das erste Spiel geht schon richtig turbulentlos 2 Tore Rückstand aufgeholt 6 Euro ist im Pott Gefällt mir, gefällt euch hoffentlich Daumen nach oben für dieses Ergebnis Vorbei, jetzt kommen wir in die Verlängerung, Leute Die Statistik ist eindeutig, quasi kann man sagen, eh unentschieden Und ja, let's go Super Schuss von Iskodero Iskodero, let's go, let's go Ja, sicher, ja sicher Das ist natürlich kein Zufall, Leute, kein Zufall Jetzt Iskodero, oh mein Gott Oh mein Gott, gelbe Karte Gelbe verdammte nochmal Karte Jetzt, jetzt, jetzt Unglaublich, Leute, unglaublich so etwas Er weiß nicht, wie ich mach Das ist wirklich wie verhext Okay, Leute, das Elfmeterschießen Also 6 Euro geht das jetzt aus, ja 6 Euro ist das Endergebnis, das zählt hier nicht Elfmeterschießen ist einfach nur Glückssache Er weiß ganz genau, wie ich schieße Er weiß, er geht Boah, trotzdem wein, Glück gehabt So Irgendwann wird er doch links schießen Nee, wieder auch nichts Gut Sehr gut Sehr gut Komm, 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 komm Nee, er geht auch rechts Ach Gott Schön Schön, schön, schön Jetzt werde ich aber wieder links Ich werde trotzdem links verrennen Wow 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 Fucking wow Mitte, Mitte Er hat ihn nicht Sehr gut Krank, was war das? Okay, dann mach ich so Nein, 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 nein Das ist so spannend Unglaublich Unglaublich Sehr gut Wow Ich muss jetzt halten, bitte Lass halten Lass halten Das gibt es nicht Das ist ja krank, Leute Dieses ganze Spiel ist krank gewesen Normalerweise, ganz ehrlich Ich hätte verdient gewonnen Finde ich So die Chancen Was da so alles vorgefallen ist Trotzdem für die erste Folge Leute Väter, Väter Respekt Väter Respekt, mein Lieber Wirklich Hashtag Exit Und dann auch zusätzlich Hashtag Respekt Oder Hashtag Krank In die Kommentare Es war abnormal Krank einfach Wirklich GG Und Checkt die Seite unbedingt aus Die Instagram Seite FullDreams CorrectorDude Ist auch Moderator Bei mir im Stream Ich mag den mega Er supportet mich schon Mega lang Danke für dieses Spiel 6 Euro Import Ich hoffe, euch gefällt das Meine Freunde Gucken wir auch mit Statistik Also ich glaube Der müsste jetzt Dadurch, dass ich nie so komisch Zum Schuss gekommen bin So komische Aktionen Ja Also statistisch gesehen War er natürlich vorne Aber Alles in allem Muss man sagen Egal wer jetzt gewonnen hat Es ist egal Leute Wirklich Das war ein krankes Spiel Ein episches Spiel Elfmeterschießen ist Glückssache Und Ja Leute 6 Euro Sind im Pot Nicht vergessen Den Channel von Denny's FIFA Tour Und meinen Channel Zu abonnieren Um dabei zu sein Erst dann Wertet der Generator Hashtag Exit Den Rest Ohne Abo Ignoriert da Von daher Ich hoffe Ihr gebt auch den Daumen hoch Ich wünsche euch Einen schönen Tag Meine Freunde Ciao Bye bye Ciao 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 Ciao